Diese Armee wird die mächtigste, die die Welt je gesehen hat. Mit diesem einzigartigen Verfahren kann man aus einem Affen und einem Menschen den perfekten Kampf mit Tanken bringen. Und das, meine Damen und Herren, durch eine äußerst komplexe Manipulation des Gehirns. Ich glaube, er ist ein Prada. Wir müssen ihn sofort treffen. Wie rumst du da raus? Versprochen. Was hast du getan? Was hast du getan? Die Stoppen, Rottos! Die Stoppen! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR